Hallo, hier ist der Martin von Meine Mankees, die DAX-Analyse für, muss ich selber gucken, Donnerstag, den 2.4.2020. Wir haben den Quartalsauftakt, den Monatsauftakt vom April gesehen. Am Anfang ein bisschen April, April, er weiß nicht was er will. Am Ende war es eher eine schwache Leistung. DAX hat einfach nicht die Büchse aufgekriegt hier, waren ein paar Käufe reinbekommen. Es wollte nicht sein, von früh bis abend. Ich fand ja am Anfang, ich fand ihn gut. Also ich hab ihn, ich hab ihn am Anfang wirklich Chancen, also gerade, ne, als der hier die erste Kerze gemacht hat. So ein langen Locht, äh, langen Locht gebildet. Locht ist gut, ne. Wenn man sich nicht einig ist, ob Locht, äh, ob Locht oder Lunte sagt man Locht. Nein. Ähm, die Lunden haben mir ganz gut gefallen. In den ersten Stündchen hier, gerade die ersten 2 Stunden Kerzen, das sah gut aus. Da kam auch von unten so ein schöner Impuls. Und wir haben ja vorher auch gesagt, äh, hier unten die 5.50, das wäre ein schöner Punkt, wenn er jetzt eben weiterfällt, wenn er nicht, wie erwartet, einen Aufwärtsgap bringt. Sie, sie erinnern sich, ich habe gesagt, hier, ähm, schnell, schnell hoch, langsam runter. Hätte auch die Möglichkeit, einen Aufwärtsgap zu bringen, eine lange grüne Kerze. Aber wir haben gesagt, die wollen wir erst sehen. Die muss erst da sein, damit, ähm, die sich dann tatsächlich verwandeln kann. Das war jetzt nicht so. Aber nach dem, was er am Anfang gemacht hat, so 8, 9 Uhr, ich fand das ganz gut. Weil Dax macht auch ganz gerne mal so Dienstag, äh, Mittwoch, Mittwoch, äh, so eine schnelle Eröffnung nach unten, ne. Und dann stabilisiert er sich schon sehr, sehr, sehr zeitig, anders als Dienstage. Stabilisiert sich so ein Mittwoch, wie auch ein Freitag. Sehr oft, sehr zeitig schon, wenn er nach oben rausziehen will. Also da hätte vieles gepasst, dass der zumindest mal das Gap hier zumacht. Aber nein, war nicht so direkt am Kaufsignal hier, 6, 60, 6, 50, 6, 80. Dort hat er sein Kaufsignal letztendlich gesetzt, in die Erholung rein, direkt weggedreht, nach unten. Dann ewig zur Seite geeiert, immer wieder. Und da hat man dann schon ein bisschen ahnen können, dass wenn die Amerikaner da kommen, dass da vielleicht gleich, ähm, aufs nächste Tief geschnipst wird, dass die sich nochmal was gönnen. Und von dort ist dann ordentlich, wird das so richtig rausgekommen. Dann kam er nochmal so hoch auf 600. Da hätte er noch über die 6, 50 dann gemusst, um da wieder was Bullisches draus drehen zu können. Das wollte er nicht. Stattdessen so richtig runtergekleckert und gekleckert und gekleckert. So, und jetzt hängt er hier am Short-Trigger. Letztendlich ist es sogar drunter, wenn man es so will. Das heißt, im Zweifel müssen wir jetzt erstmal davon ausgehen, wenn der nicht anders reinkommt, dass wir hier Stress auf der Unterseite kriegen. Stress auf der Unterseite zum Donnerstag, das war echt keine Glanzleistung gewesen. Das war keine Glanzleistung, das war keine Glanzleistung, die er uns hier gebracht hat. So, bleib bitte da, wo ich dich haben will. Also nein, er ist drüber. Den setzen wir genau. Der ist nämlich schon zu einem kleinen Teil drosch. Zack, hier, der ist schon drunter. Also das, der ist unten drunter. Da kommt da jetzt ran, der Trigger. Den anderen Pfeil kriege ich da jetzt, glaube ich, nicht hin. Doch, so, so. Schauen Sie mal. Also, ist letztendlich drunter, heißt unser DAX kann jetzt fallen. Unser DAX hat jetzt Risiko. Im Zweifel kann das bis 8.8 sich entladen, direkt. Könnte sogar auch per Gap schon runtergehen. Die Möglichkeit hat er jetzt. Er hat jetzt hier das Risiko. Er hat jetzt hier den Spielraum nach unten. Kann auf die Tube treten. Hat eine Unterstützung im Bereich um 9.200, 9.150 hier. Der Bereich ist schon interessant. Dann kommt hier nochmal so eine, die ist, die, die vergessen Sie mal, die Linie. Die ist eigentlich da nicht, die, die kommt von, lassen wir sie drinnen, lassen wir sie. Er hat sich halt Rückzug schon schön an der orientierten, deswegen wollte ich sie drinnen lassen, aber sie ist von oben kommt eigentlich nicht wichtig, weil wichtig wären die Hochs hier. Das ist, das ist wichtig von oben. Und der Gap-Close ist wichtig hier bei 8.8. Ne, und das ist alles erreichbar zum Donnerstag, wenn wir auf der Unterseite mehr Action sehen, wenn wir sehen, dass da Stress reinkommt, und auch mal wieder damit rechnen, dass die Amerikaner vielleicht in eine Handelsunterbrechung reingehen, muss man rechnen, solange der DAX unterm Short-Trigger ist. Das ist so. Sollte der sich zügig nochmal hochkämpfen, über die 400, wäre das, entgegen der Erwartung des Short-Triggers, ach, der will mich heute aber auch ärgern hier, macht alle meine Linien hier kaputt, ähm, sollte der Markt jetzt nicht diesen Short-Trigger bestätigen, zur Eröffnung, zum Start, in den ersten Handelsminuten, über den Tag, sondern nach oben treiben, dann ein bisschen aufpassen, weil das wäre auf jeden Fall jetzt ungewöhnlich an der Stelle, denn wir haben hier Verkaufssignale gesetzt, und wenn Verkaufssignale gekauft werden, ist das immer ein Zeichen für, ähm, nicht mehr ganz so durchschlagskräftige Verkäufer, ne? Das heißt, dort müsste man auf jeden Fall dann vorsichtig sein, wenn der Grün reindrückt, und da, die Betonung auf wenn, ich weiß, ich wiederhole mich, aber ich wiederhole mich auch aus einem bestimmten Grund, weil ich das manchmal dreimal oder viermal sage, und die Leute dann trotzdem wieder sagen, der wollte doch einen Aufwärtsgap, der wollte doch, der hat gesagt, da oben kommt hier eine grüne Kerze zur 10.000, nein, wichtig ist, wenn das kommt, deswegen betone ich das drei, vier, fünfmal, weil das immer wieder auch mal gerne verdreht wird, das ist unheimlich wichtig, dass wir dieses Wenn auch im Kopf drin haben, und deswegen wird es wiederholt, und das behalte ich auch bei, ähm, das, das verändere ich nicht, weil das mache ich mit Absicht, das mache ich nicht, weil ich zu blöd bin, und, äh, mich, mich aus purer Doofheit einfach immer gerne wiederhole, nein, es ist wichtig, wenn der Markt hier drüber geht, wenn er die grüne Kerze stellt, über die 9.400, dass er dann eben sich wieder zurückhangeln kann, weil dann wäre das ein Fehlausbruch hier unten gewesen, quasi unter die Range drunter, und Fehlausbruch unten hat in der Folge meistens wieder einen fast Zurücklauf bis zur anderen Seite, das heißt, wir haben dann definitiv nochmal Chance bis 9.800 hoch, Zwischenziehe, Zwischenstationen hier um die 6.80, das wäre Zwischenziel, und weitere Zwischenstationen 5.90, an der, ähm, der Markt vielleicht sogar vorher wegdrehen könnte, aber oberhalb von 4.000, 4.000, 9.400 auf jeden Fall achtsam sein, weil dann überrascht der Markt auf der anderen Seite, denn die Erwartungshaltung geht jetzt ganz klar nach unten, ne, also, jetzt richten sich alle drauf ein, jetzt wappen sich alle hier auf tiefere Ziele, wenn da jetzt grüne Kerzen reinkommen, eben aufpassen auf der Oberseite, so, unten haben wir, wie gesagt, diese Ziele um die 9.200, die 9.150, muss man ein bisschen vorsichtig mit sein, das ist eine super Unterstützung, aber vielleicht da auch erstmal eine grüne Stundenkerze abwarten, denn wir haben hier unten dieses, dieses, dieses Gap, was ja auch noch so ein bisschen magnetisch ist, und letztendlich kann das auch angerannt werden, grundsätzlich gibt es auch keine, keine Regel, dass unser DAX hier nicht, ähm, nicht einfach durchrennen kann nach unten, äh, Richtung 8.000 zum Beispiel, einfach nochmal donnert, äh, gibt es nicht, man könnte jetzt hier noch ein Retracement anlegen, gucken, wo das 1.60er liegt, aber das müsste so Pima-Daumen hier auch irgendwie mit in die Zone reinfließen, ähm, das heißt, auch wenn der Markt dann da durchgeht, ist es denkbar, dass er komplett bis unten durchdonnert, das muss man einkalkulieren, wir haben einen, einen übertriebenen Abwärtstrend, wir haben eine Erholung angelaufen, hier eine Top-Formation gebildet, Triple Top, und wenn die jetzt unterbrochen wird, hier nach unten, dann macht er das, was ich eigentlich oben an der 11.500 sehen wollte, diese lange Seitwärtsphase, in der alle davon ausgehen, dass es weiter steigt und dann donnert er nochmal direkt nach unten auf neue Tiefs, ne, also, da auf jeden Fall aufpassen, mir ist es persönlich zu flach gewesen, ich hätte ihm schon eher zugetraut, dass er hier oben nochmal was baut, ne, trotz der aktuellen Lage und so weiter, hätte ich schon gedacht, er stellt sich hier weiter oben hin, um diese Seitwärtsspanne zu machen, aber wenn er unten raus geht, geht er unten raus, also beim besten Willen und dann heißt es erstmal, Beweise, ne, Unschuld, also er muss dann erstmal seine Unschuld beweisen, sonst heißt es im Zweifel erstmal abwärts, das ist so, unterhalb vom Short Trigger sind wir jetzt raus aus dieser Seitwärtsrange, das heißt, solange da keine dicken, langen, grünen Kerzen kommen, solange das dann nicht wieder über 400 geht, im Zweifel erstmal mit weiter abwärts rechnen und auch damit, dass hier gewisse Niveaus einfach überrannt werden können auch, muss man sich schon mit drauf einstellen. Ja, das soweit der Blick auf die zwei Stunden, dann schauen wir noch in den Monatschart, den haben gestern auch einige vermisst, ich wollte ihn nicht zeigen, für mich hat er keinen neuen Erkenntnisgewinn, auch weil, also, ja, wir haben ein Monatskloß gesetzt, aber die Monatskarte sieht deswegen jetzt nicht anders aus, sie ist jetzt festgeschrieben, sie verändert sich jetzt nicht mehr, aber sie gibt uns jetzt keine neue Erkenntnisse, weil sie sieht genauso schlecht aus, wie noch vor einer Woche und sie sieht genauso schlecht aus, wie vor zwei Wochen. Der Kerzenkloß hätte auch hier unten sein können, der hätte auch hier unten sein können, ist genau die gleiche Wirkung, wichtig wäre der Monatschart in dem Sinne gewesen, sobald man hier wieder über 10.250 geht, weil dann hätte gegebenenfalls hier ein technischer Fehlausbruch unterhalb im Raum gestanden, Stand hier, hier müssen wir einfach sagen, das sieht schlecht aus wie bisher, also da kann auch noch so eine Kerze hinterher kommen, das haben wir auch schon im Monatsverlauf in den letzten Tagen immer mal wieder gesagt, wo wir den Monatschat angeguckt haben, dass das noch kein Umkehrsignal ist, dass da noch nichts grün ist und im Zweifel hier nochmal richtig Stress mit eingeplant werden muss im April. Rücklaufziele sind auch hier unverändert, das heißt, wir haben jetzt hier kein Erkenntnisgewinn, deswegen möchte ich auf der Ebene auch nicht weiter arbeiten, jetzt zumindest für die nächsten Tage, das bringt uns jetzt hier erstmal nichts. Interessant ist zu sehen, dass wir aus dem Band sind, aus dem Band im Monatschat heißt, wir befinden uns in einer Übertreibung, ich denke, das können alle bestätigen, dass das, was hier passiert, nicht mehr ganz normal ist, aber solange, wie da jetzt keine Umkehrsignale reinkommen, solange wir jetzt hier keine grünen Kerzen reinkommen, kann man hier jetzt noch keine Entwarnung geben und müsste in dem Sinne auch da durchaus nochmal damit rechnen, dass wir runterrutschen und auch sogar, dass wir nochmal tiefere Tiefs als zum März sehen. Stand der Betrachtung jetzt. Und da gilt auch, solange da nichts anderes kommt, ist das jetzt erstmal federführend. Ich würde trotzdem sagen, wir bleiben lieber hier. Ich finde die angenehmer, ich finde sie auch klarer, lässt sich leichter abgrenzen und deswegen sehen sie es mir nach, dass wir gestern nicht auf den Monatschart mitgeguckt haben. Ich empfinde das wichtiger hier. Also hier sieht man schöner diese Top-Formation, dreifach Top, Doppelboten, unter den Doppelboten ist er jetzt eben drunter. Das heißt, auch von unten kommt, wenn der Markt jetzt runterläuft, wird der Doppelboten jetzt eine Short-Marke letztendlich, einen Widerstand auch, der von unten den Markt wieder umdrehen kann. Und deswegen ist die 400 ganz wichtig, für die nächsten Stunden, für die nächsten Tage. Das ist ganz wichtig, denn bleiben wir da drunter, unter 400 ist Risiko im Markt, unbegrenztes Risiko im Markt. Kann sich richtig, richtig, richtig austoben, richtig Mist machen. Gerade zum Donnerstag kommt häufig, das ist das größte Volumen von der ganzen Woche. Da hat er sich jetzt eine richtige Vorlage für gebaut, hier richtig scheiße zu machen. Also, da kann alles passieren. Das ist, da muss man wirklich mal einfach auch ein bisschen, vielleicht Scheuklappen drauf, rechts und links dran setzen, gar nicht gucken, auf welchem Preisniveau liegt er momentan gerade und mit der Bewegung dann mitgehen. Gucken, wo kommen Umkehrsignale rein. Wirklich mit viel Bewegung auch rechnen. Nicht irgendwelche festen Ziele vielleicht festzuholen, wo man sagt, da will man jetzt raus, da will man jetzt rein, sondern wirklich aktiv versuchen, in der Bewegung zu bleiben. Weil das kann schon echt flott werden jetzt hier. Das kann holprig werden. Deutlich bewegter als auch das, was wir jetzt zum Mittwoch und zum Dienstag gesehen haben. Das waren ja nur eher langweilig fast die Tage. Also, von der Bewegung her, ich weiß nicht, ich empfand das jetzt nicht als spaßvoll. Hinten raus, dann ein bisschen Tempo drauf nehmen können, aber ich weiß nicht, hat mich jetzt nicht so glücklich gestimmt. Wir haben auch unseren Longhands hier rausgedrückt gekriegt. Fand ich nicht schön, aber gehört auch dazu. Unser Grundset-Up für die Woche war ja eigentlich, dass wir oben rausgehen. Das hat er nun nicht bestätigt, ist nur unten rausgegangen. Und da ist das auch okay. Irgendwo muss man sich auch mal von den Dingern trennen. Von daher alles gut, alles in Ordnung. Die Elisa hat ja auch die letzten Tage da zweimal was gut reinbringen können. Von daher alles okay. Gucken wir jetzt. Weiter geht's. Wichtig ist, man muss ja auch immer mal ein bisschen eine klare Situation schaffen, damit man nicht irgendwelchen alten Altlasten hinterher handelt, hinterher tradet. Und einfach mal auch im Kopf resetten. Das ist auch immer ganz wichtig. Für diejenigen, die das schwerfällt oder denen es immer schwerfällt, sich von Position zu trennen, ruhig auch mal was rausnehmen. Das ist unheimlich wichtig, auch für den Kopf halt. Wenn man da irgendwo falsch drinnen hängt und zu lange was aussitzt, dann ist man nicht mehr neutral. Man denkt nur noch für die Position. Und das ist meist kein guter Ratgeber, weil dann man eine ganze Weile gegen den Trend stehen kann und sich den dann immer zurechtretet, dass der Ball dreht. Und von Niveau zu Niveau geht immer weiter und der Verlust wird immer größer. Das bringt ja nichts halt. Deswegen, wir schauen ganz gespannt jetzt hier. 400, 9.400 wird die Marke des Tages. Wird bestimmt ohne Ende alles, was drunter ist. Risiko in meinen Augen, Richtung 9.200, wie Sie das schon öfter gehört haben. Es ist das Wichtigste für den Tag. Und deswegen betonen wir das auch ganz besonders. Also, dann mache ich jetzt hier zu. Wünsche Ihnen viel Erfolg, gutes Gelingen und dann hören wir uns morgen wieder. Ciao. 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 Vielen Dank.